Wenn die Zukunft der Welt in den Händen eines Einzelnen liegt, wenn Fiktion und Wirklichkeit miteinander verschwimmen, wenn seltsame Ereignisse geschehen, die niemand erklären kann, brauchen wir Helden. Was? Wer? Ein Clown? Was willst du denn hier? Mein Name ist Sedgwick. Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Sehr lustig. Begib dich mit Sedgwick auf eine Reise durch eine fantastische Märchenwelt. Erforsche wundersame Orte. Löse geheimnisvolle Rätsel. Und begegne fabelhaften Wesen. Endlich treffe ich mal jemanden. Kommst du hier aus der Gegend? Tauche ein in das neue Spiel, der Macher von Edna bricht aus. Sedgwick! Das Fantasy-Abenteuer, auf das du lange gewartet hast. The Whispered World. Dieses spektakuläre Spiel wird auch dich in seinen Bann ziehen. Erlebe ein Abenteuer, das du nie vergessen wirst. Du, Sedgwick, hast das Schicksal dieser Welt in deinen Händen. Nein! Sedgwick braucht dich. Wir sind Steine. Ach, ist das so. Ja. Ich bin Ralf. Und das da hinten ist Ingo. Ja.